Nummer 1 BLN, Ali featuring Bushido. Unfassbarer Song geworden. Nummer 2 Ed Sheeran. Ed Sheeran, seine Stimme gefällt mir ganz gut und wie er das alles so macht. Nummer 3 Drake Legend. Ja, weil Drake einfach unfassbar ist. Yo, mein Name ist Ali, wir sind hier bei 16 Bars mit Visavi. Wir reden ein bisschen über Fettunterhaltung hier. 16 Bars hier vor heute mit Ali Boumaier und Visavi. Schönen guten Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag.